Herzlich Willkommen zur B1 Mündliche Prüfung. Mein Name ist Sophie Meyer, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die Mündliche Prüfung. Die Mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Teil 3 Gemeinsam etwas planen, Dialog Die Situation Sie wollen ein Abendessen organisieren. Die Aufgabe Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Was machen am Silvesterabend? Feiern und essen? Was essen? Zu Hause oder im Restaurant? Wann genau? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind. Fangen Sie damit an. Jakob, es freut mich, dich wieder einmal zu sehen. Ja, es freut mich auch sehr. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, wunderbar, danke. Und wie geht es dir? Auch gut danke, aber ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Was meinst du genau? Also, mein Freund versteht einfach nicht, warum ich immer sauer auf ihn bin. Aha, das ist aber interessant. Warum bist du denn immer sauer auf ihn? Das habe ich dir doch schon einmal erzählt. Also, egal, welche Aufgabe ich ihm stelle, er macht sie immer falsch. Wirklich? Was für Aufgaben stellst du ihm denn? Wenn er zum Beispiel, das Fenster putzen soll, dann macht er es einfach nicht und behauptet, dass er es erledigt hat. Verstehe, aber vielleicht hat er einfach keine Lust darauf. Ja, das kann sein. Du, bald ist ja Silvesterabend. Was hältst du von der Idee, wenn wir gemeinsam mit unseren Familien feiern und essen? Du, bald ist ja Silvesterabend. Was hältst du von der Idee, wenn wir gemeinsam mit unseren Familien feiern und essen? Ja, das fände ich großartig. Wir können tolles Essen vom Restaurant mitbringen, dann brauchen wir nicht zu kochen. Ja, das fände ich großartig. Wir können tolles Essen vom Restaurant mitbringen, dann brauchen wir nicht zu kochen. Wie findest du das? Hm? Hm? Das finde ich aber sehr teuer, außerdem koche ich gerne. Hm? Das finde ich aber sehr teuer, außerdem koche ich gerne. Wollt ihr nicht einfach zu uns zum Essen kommen? Wollt ihr nicht einfach zu uns zum Essen kommen? Ja sicher, das können wir auch so machen. Ja sicher, das können wir auch so machen. Allerdings, will ich dir dabei dann schon helfen. Allerdings, will ich dir dabei dann schon helfen. Ich komme einfach etwas früher zu dir, und wir bereiten es gemeinsam zu. Ja genau, komm einfach um 18 Uhr, dann können wir um 20 Uhr gemeinsam essen. Ja genau, komm einfach um 18 Uhr, dann können wir um 20 Uhr, gemeinsam essen. Was denkst du? Ja, das passt optimal, für mich. Gut. Was sollen wir denn eigentlich kochen? Hast du eine Idee? Gut. Was sollen wir denn eigentlich kochen? Hast du eine Idee? Gut. Was sollen wir denn eigentlich kochen? Ja, ich würde sehr gerne, einen vegetarischen Auflauf kochen, und davor ein paar verschiedene Vorspeisen. Also, ich würde eine Kürbiss-Suppe machen, und Tomaten-Mozzarella-Salat, mit frischem Basilikum, und herrlichem Olivenöl. Also, ich würde eine Kürbiss-Suppe machen, und Tomaten-Mozzarella-Salat, mit frischem Basilikum, und herrlichem Olivenöl. Ist das eine gute Idee. Wow, da läuft mir jetzt schon, das Wasser im Mond zusammen. Das klingt fantastisch. Wow, da läuft mir jetzt schon, das Wasser im Mond zusammen. Ja, und dann könnten wir das Ganze noch, mit einem leckeren Dessert, tappen. Du bäckst doch gerne, oder? Ja, ich backe für mich gern. Also, ich werde einen gedeckten Apfel-Quittenkuchen backen, mit Schlagobers, und Schokostreuseln. Lecker! Wie sollen wir das mit dem Einkauf, organisieren? Lecker! Wie sollen wir das mit dem Einkauf, organisieren? Ich würde sagen, wir gehen gemeinsam einkaufen, oder, es bringt jeder etwas mit. Was sagst du? Weißt du was? Ich besorge das Essen, und du sorgst für die Getränke, ist das okay für dich? Weißt du was? Weißt du was? Ich besorge das Essen, und du sorgst für die Getränke, ist das okay für dich? Ja, das ist eine gute Arbeitsteilung. Was für Getränke soll ich kaufen? Für die Kinder, vielleicht Orangen und Apfelsaft. Und für uns, eine Flasche weißen Wein? Für die Kinder, vielleicht Orangen und Apfelsaft. Und für uns, eine Flasche weißen Wein? Ja, so machen wir es. Ich werde auch ein Brettspeil mitbringen, falls wir nach dem Essen, Lust haben auf ein gemeinsames Spiel. Ich werde auch ein Brettspeil mitbringen, falls wir nach dem Essen, Lust haben auf ein gemeinsames Spiel. Was hältst du davon? Gute Idee. Und sonst, plaudern wir ein bisschen, und tauschen uns über Neuigkeiten aus. Gute Idee. Und sonst, plaudern wir ein bisschen, und tauschen uns über Neuigkeiten aus. Ja, sicher, das ist auch ein guter Vorschlag. Gut, dann werden wir unsere Familien davon erzählen. Die werden sich bestimmt freuen. Ja, sie werden sich sehr freuen. Also, dann bis bald. Ich werde jetzt dann schlafen gehen. Ich bin schon müde. Alles klar. Schlaf gut und bis bald. Ja. x ja r j r j j Vielen Dank.